So, ja genau, da sind wir wieder. Ihr fangt an damit, dass ihr hier eine Stelle freibuddelt, in die in etwa das Portal kommen soll. Ich mach jetzt mal eben die Ecken hin, wo der Rest hin. Also, das Portal ist ja hier, drei, zwei, drei, zwei. Ihr könntet es jetzt so machen. Lava hier rein, Wasserbucket und dann wird's zu Obsidian. Wir zeigen euch aber eine andere Variante und die lautet, warum nicht gleich Wasser rein? Dafür müssen wir das Wasser erst etwas verteilen. Also, ihr macht erst da oben einen hin. Dann verteilen wir es etwas. So, und noch etwas zur Seite. So, und jetzt haben wir hier da eine Menge Wasser. Und dann gehen wir da rein, klicken da einmal hin, klicken da einmal hin. Dann hätten wir schon mal die erste Reihe. Mein Gott, adieu. Oh, äh, man sollte vielleicht eventuell vorher einen kleinen Gang graben, in dem das Wasser abfließt. Aber das ist jetzt egal. Äh, Obsidian. 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 So braucht ihr nicht mal den Diamantspitzhackel. Na. Äh, warum hab ich noch so viele Lava-Buckets? Irgendwas hab ich, glaube ich, falsch gemacht. Okay. Irgendwas ist gut. Wie kommst du eigentlich auf 14? Ach, weil ich das große wollte. Deshalb. Okay. Und wenn ihr das dann habt? Ja, Wasser wegmachen. So. Einen da hin. Und das wäre euer Neverportal. Und wir haben jetzt noch vier Lava-Buckets und noch tausende andere Buckets. War das nicht eine schöne... Dann haben wir wenigstens was für den Töters. Okay. Für den anderen als für den Töters. Wir werden es jetzt einfach erstmal ganz normal benutzen. Und in der nächsten... Jetzt pressen wir den Text auf Peter noch hinzu. Nächste Folge zeigen wir euch dann, wie es automatisch ausgeht. Übernächste oder wann wir es raus haben, zeigen wir euch dann, wie es automatisch angeht. Aber, weil das jetzt... Nein, wir machen... In der nächsten Folge zeigen wir euch dann, wie wir in der Never sind. Bis dann. Tschüss. Oh mein Gott, tschüss. Tschüss.